Bundesverteidigungsminister de Maizière will noch vor der Bundestagswahl im September ein Konzept für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan vorlegen. Dieses wolle er auch mit der Opposition beraten, sagte de Maizière der Bild am Sonntag. Dazu werde ein Vorschlag innerhalb der Bundesregierung erarbeitet. Bislang ist geplant, die Zahl der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan bis Februar 2014 von 4.400 auf 3.300 zu verringern.